Ah, sie steigen Schelke? Ja, Helmichel. Ist das Thema für die Morgenshow? Es steigt soweit alles. Wohl, bin zufrieden. Schau dich mal wieder an. Schelke, du musst an deinem Image arbeiten. Du bist zu geschniggelt, irgendwie, einfach immer wie aus einem Ei gepellt. Du hast mir zu wenig Ecken und Kanten, Schelke. Du brauchst ein wenig mehr Dreck. Du musst ein wenig verbrauchter sein. Ein wenig Porno erwartet. Ah, da habe ich etwas, Was jetzt? Seid ihr bereit? Aha! Ist gut so, Herr Moser. Wow! Perfekt! So, jetzt gehen wir einen Kaffee holen. Sehr schön! Wahnsinn, der Tipp.